Hallo, ich bin der Jorik und bin sieben Jahre alt. Ich wohne fast gegenüber vom neuen Allerweltshaus in der Geiselstraße 4. Mein Papa ist auch ein guter Bauarbeiter und hat bei der Renovierung geholfen. Ich wollte eigentlich nur Bauarbeiter spielen, doch dann gab es viel zu viel zu tun. Ich freue mich auf das neue Allerweltshaus, weil man dann immer auf den Schulhof gehen und spielen kann. Meine Mama sagt, ich war schon mal auf dem Menschenrechtsfestival und ich mag Musik bei den Festen auf dem Allerweltshaus.